hallo ich bin die uschi von stempel macht glücklich und heute möchte ich nicht mit euch zusammen basteln sondern ich möchte mich ganz ganz herzlich für die ersten 100 abonnenten bedanken und ich bin echt total geflasht dass es in so schneller zeit ja geklappt hat mit so vielen abonnenten ist für den einen oder anderen vielleicht nur ganz wenig aber für mich ist es ganz ganz viel weil ich habe eigentlich nicht damit gerechnet dass euch meine bastelvideos so gut gefallen und aus dem anlass möchte ich mich gern bei euch bedanken und verlose eine packung designerpapier von stampin up es hat nichts mit youtube oder stampin up zu tun ist weder gesponsert noch sonst irgendwas also das ist rein von mir und wie kommt ihr zu dem designerpapier hinterlasst mir unten einfach einen kommentar vielleicht könnt ihr auch noch dazu schreiben was ihr euch in zukunft wünscht was euch gefallen würde was ich für euch basteln und teilnehmen könnt ihr bis 18 juni 2021 23 und 59 und jeder der mir einen kommentar hinterlassen hat kommt dann in den lostopf und am 19.6 los ich dann aus wer gewonnen hat und der kriegt dann von mir ein anschreiben mit einer karte noch und mit diesem päckchen designerpapier ich würde mich freuen wenn sehr viele bei der verlosung mitmachen würden und wünsche euch bis dahin noch eine schöne zeit tschüss dann ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017